Das Filmradio mit Dante Die 20-köpfige, laut DVD-Cover Eliteeinheit, laut DVD-Rookieeinheit, stürmt dieses Hochhaus, um dem Boss das Handwerk zu legen. Doch dabei müssen sie nicht nur gegen den Boss und seine beiden Leibwächter antreten. Der Look dieses Hochhauses ist wirklich toll geworden. Alles wirkt sehr trostlos, lieblos und auch hoffnungslos. Die Familien, die dort wohnen, scheinen wirklich ziemlich am Abgrund zu stehen. Die Polizisten verhalten sich recht oft sehr dumm, aber wie in der Einleitung gesagt, sind dies wirklich Anfänger. Der Einzige, der wirklich was drauf hat, ist auch der einzige Polizist, auf den wirklich näher eingegangen wird. Und das ist auch ziemlich cool. Die Kämpfe sind toll durchchoreografiert und teilweise so spektakulär, dass die kurzen Ruhephasen wirklich gut tun und nötig sind. Allerdings sind diese Ruhephasen auch nicht zu langatmig, sodass konsequent ein wirklich, wirklich gutes Tempo herrscht. Die Action habe ich so intensiv noch nirgendwo bisher gesehen, sodass es schon, und da übertreibe ich glaube ich nicht, ein neuer Maßstab ist, der hier gesetzt wurde. Das wirkt wirklich ultra realistisch. Ganz klasse Leistung aller Beteiligten. Die Story ist denkbar einfach, wird aber durch die fantastische Action schnörkellos vorangeführt. Eins, zwei nette Story-Ideen sind drin, allerdings auch nichts, wo ich mir dachte, wow. Von daher bleibt auch nach Auflösung hauptsächlich die tolle Action im Hinterkopf. The Raid dauert 97 Minuten und hat momentan bei knapp 87.000 Bewertungen auf IMDb eine Durchschnittsbewertung von 7,6. Da gehe ich ungefähr mit, bisschen besser, vergebe gute 78 Punkte, also eine 7,8. Nun zu euch, stimmt ihr mir zu oder nicht, postet doch mal eure Meinung dazu. Wir hören uns dann beim nächsten Film wieder und bis dahin sage ich... Wir hören uns dann beim nächsten Film wieder. Wir hören uns dann beim nächsten Film wieder.